Spatika. Spatika heißt Kristall und Bergkristall, also Spatika. Und in der indischen Mythologie hat Spatika eine besondere Bedeutung. Spatika als Kristall gilt insbesondere als der göttlichen Mutter heilig. Spatika wird im Tantra zum Beispiel verwendet. Es gibt Murtis, also Götterfiguren aus Spatika. Die sollen besonders machtvoll und energetisch sein. Es gibt insbesondere auch sogenannte dreidimensionale Sriyantras oder der Meru auch ausgebrügt. Das heißt auch Spatika aus Bergkristall dargestellte, man könnte auch sagen magische Figuren. Spatika nutzt man auch zum Beispiel in der Kristallakupunktur. Wir haben ja auch bei Yoga-Vidya Kristallakupunkturausbildungen. Wie du statt mit metallen Nadeln, mit einem, wie kann man sagen, jedenfalls mit einem Kristallstab Heilung bewirken kannst, Energie übertragen kannst. Diese Heilstäbe gibt es nicht nur aus Kristall, auch aus Rosenquarz und anderem. Aber gerade die Spatika gilt als besonders machtvoll. Also Spatika, Kristall, Bergkristall, ein Material, das besonders für die göttliche Mutter von Bedeutung ist. Von Spatika wird auch gesagt, es ist wie geronnenes Licht. Spatika ist damit auch geronnenes Licht, geronnenes Feuer und verbindet Feuer und Wasser und Erdelement. Es ist das reine Licht, es ist aber auch Wasserelement, es hat ja auch eine ähnliche Farbe wie das Wasser und es ist aber auch Erde, weil es fest ist. Und so hat Spatika eine besondere Kraft und Macht und es gilt auch vorsichtig damit umzugehen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.